Verzeihen Sie die Verspätung. Was ist bloß los? Überall Stau. Dann wissen Sie also noch nicht Bescheid? Hören Sie kein Radio? Doch, doch. Hör ich immer. Klassikradio. Warum? Tja, also für uns war's das. Wir verlassen Frankreich. Zu Ende. Vorbei. Das heißt zu Ende. Vorbei. Na, wie viel haben Sie denn? Quadratmeter. Nur knapp 300, schätze ich. Das große Teilen. Was für ein Unsinn. Das Gesetz ist durch. Ab jetzt wird geteilt. Hier, lesen Sie. Na los, na los. Ob eine Wohnung unzureichend bewohnt ist, wird mit dem AB 4 Koeffizienz berechnet. Die Gesamtfläche der Wohnung wird bei der Berechnung durch die Anzahl der Bewohner geteilt. Wenn der AB 4 Koeffizienz in dem Fall höher als 50 ist, wird die Wohnung in die Kategorie Wohnung für gemeinsame Nutzung eingestuft. Wenn die Wohnung nicht ausreichend bewohnt wird, dann werden einem ab sofort zusätzliche Bewohner zugewiesen. Ja. Wenn Sie also allein in einer 100 Quadratmeter Wohnung leben, dürfen Sie sich auf zusätzliche Hausgäste freuen. Niemand kann sich dieser Pfarrer erzielen. Sie tritt ab sofort in Kraft. Sie können sich wieder freiwillig. Bea, niemand auf dieser Welt steht weiter links als du. Du warst für die Migranten auf der Straße. Und dann eure Sitzdemo in der Saint-Bernard-Kirche. Du hast drei Nächte in einem besetzten Haus verbracht. Deine Familie besteht nur aus Kommunisten. Du warst in der Armenküche tätig und kümmerst dich um obdachlose Kinder. Bea, mach wieder auf. Bea! Das lassen wir uns nicht gefallen, Miss Jütebräu. 25 Quadratmeter soll man Zimmer haben. Aber egal, wie oft ich nachmesse, die Pfarrerloge hat gerade mal 19. Verdammter Hausbesitzer. Wenigstens müssen Sie niemand beherbergen. Das würde mir noch fehlen. Wer bin ich denn?